Was im ersten Moment verlassen und extrem heruntergekommen aussah, änderte sich schlagartig, als wir den Keller betraten und es lief uns dort eiskalt den Rücken herunter. Mit Strom. Oh mein Gott, das ist frischer Kaffee. Oh mein Gott. Scheiße, das sind alles neue Geräte. Und der Kaffee ist sogar noch in der Kaffeekanne. 30.09.22 Was machen wir jetzt? Du weißt, was Sachen ist, gell? Dass es nicht läuft, das ist jetzt richtig kritisch. So, wir haben gerade ein Auto. Aufs Gelände fahren hören. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wegkommen wie möglich.